die 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 so heute wird so und diejenigen Jürgen Halini aufsiebt sich heute zur Frage ich glaube bei Kontrollen kann ich heute auch 75 machen wenn ich mich nicht verguckt habe oder so was anderes ich weiß es nicht mehr ich bin so ein bisschen verrückt das geht natürlich besser ja einfach den Typen weg rissen wieder vorbei kein Ding für den King für den Besten jo natürlich hat der so einen Lack ja komm Pfeil doch hin hat sich darauf verwundert am nächsten schon wieder so cool vorbei der Schmied ja der sagt das wird diesmal nichts voll schnell ist er wie haben wir wenigstens noch B geschafft ich wollte schon sagen das wäre ein bisschen peinlich gewesen okay fangen wir mal an das macht er ja natürlich ist allerdings jetzt habe ich aber nur eine Chance jetzt habe ich aber nur eine Chance ok 1500 nochmal schnell 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 ups guck mal Kampus da eh ja wieder Libi durch ich die beste tausend bewundert der wird hier aber auch immer wieder genutzt geht ihm das nicht auf den Sack ok ok da hat er mich genutzt 3 ja muss ich mich jetzt noch ein bisschen beeilen wo es kommt ja natürlich ja natürlich boah da hatte ich jetzt gerade ein bisschen bange auch das muss ich noch ein bisschen konzentriert und hab' bisschen die Schnauze reiten ja ich kann auch mal die Klappe halten so bum 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 ja nicht auch dieser Typ ne setze ich nicht ein ha schön genutzt alter ey dieser Konrad ist so scheiße durch die Beine müsste eigentlich doppelt gehen ok Konrad lass es schön gemacht von Alemi was soll ich noch machen der spielt ja immer hier der Konrad steht ja die ganze Zeit nur rum ach schade mal nochmal mal das sind ja mal Doppelpunkte ja natürlich alter ist ja Konrad ok cool wie die das gemacht haben ey der macht das das ist sein ernst und bum und bum und bum und bum und bum ey ach man ey dieser beschissene Konrad der wird der wird doch wieder nein ey Junge noch kannst du keinen Fußball das war ein niemals Ball kann er mir erzählen der hat da der hat da nix getroffen ach Konrad los nein ach man dieser Konrad das macht der mit Absicht der will nicht dass Alemi besser ist als er nein jetzt läuft der da echt weg der Heinrich warum läuft der weg man ey kotzt mir an sowas ich lauf jetzt weg mit dem möchte ich nicht mehr spielen Bullshit ist halt so oh ne Edmund Kaplani der spielt nicht mehr bei uns mit dem muss ich immer trainieren ey der Kaplani ist ja doof wie Stulle ich drück auf passen nicht Ball annehmen ey die Krise bei sowas ja schön für ihn dass er offen angegangen ist das interessiert mich nicht ja komm Kaplani machst du auch so nicht ach man Wunder geschehen ach man ey doch Alemi wer sonst ist jetzt wieder online gegangen also kann man es auch machen ja Kaplani mitspielen natürlich natürlich warum kriege ich den Tor boah boah Alemi nein weiß ach man nein ach man ich hasse dieses Ding also müsste doch eigentlich noch rauskommen ne oh ne kommt er doch nicht hab schon gedacht schuldigern die Kaplani muss aus dem zu stehen solcher verbringen wohl gut gespielt dabei ist wer sonst ja kommen zu sagen jetzt verkackt wenn wir mal in dem Baller die Scheiße dann komm mal nochmal und wie er weiß noch kaum mehr ich habe planiert denn sie ist aber kommen das ist auch so blöd gemacht er muss da nicht zweimal fragen die sanchezikana kopplarien sucht den neuen job jetzt ist aber rauskommen ja ja Halimi weiß natürlich dieser Schein ist ganz komisch beschwertig Dein Ernst? Alter. Das ist wirklich weh, dein Ernst. Alter. Kannst du Verletzungen uns kaufen, den Bastard? Ja, natürlich. Edmund Gablani. Natürlich. Halimi. Hau doch mal ab, Schahin. Ist das ein Affe, der steht mir erst mal im Weg rum. Du bist da. So, jetzt nochmal. Spiel ihn doch. Kann der überhaupt noch Fußball spielen? Edmund? Ne. Ne, auf jeden Fall nicht. Oh, der erste Schuss. Ach, komm, fick dich ins Knie. Och, natürlich, ich weiß. Ja, komm, pfeif doch ab, du Wichser. Ey, wie lange will der das noch? Yo, das war ein Hammer. Ich drück schon, ja, komm. Zieh mir 700 ab. Ja, jetzt zählt er. Ja, ich fahr doch noch eine halbe Stunde. Ey, die Giese. Jetzt kommt, wo kommt er? Ich seh's jetzt nicht. Ah, okay. Schahin. Weiß. Natürlich. Wer sonst? Wer weiß es sonst nicht? Hey, Edmund. Schießt noch nicht auf den Mann. Und dann? Äh, da. Betroff sucht den neuen Beruf. Wo ist jetzt gefeuert? Das war mal schlechtes Spiel, würde ich schon sagen. Ja, komm. Ey, Edmund. Jo, das war nochmal ein Tor. Schade, ich hab gedacht, der... ...hät sich fast nur reingesetzt, noch einmal. Kannst du doch nicht hier anders spielen, weil der hier ja nicht mitläuft, der Edmund Kaplani. Ja, warte, noch ein halbes Jahr. Ja, eigentlich machen die Scheiße. Ich drück runter, er macht den da nicht... Ja, jetzt komm. Nee, komm nicht. Tschöön. Und natürlich Pfosten. Ja, komm, ich hab nicht gerechnet, dass ich den so gescheuert kriege, hier wieder. Spiel den doch, meinen ordentlichen Pass. Ja, komm, fick dich ins Knie, tut mir echt ein. Oh, Rindsum. Ja, jedoch, Mann. Was soll ich da machen? Das ist doch kein Pass, ich meine. Oh, komm. Oh, komm. Schahin läuft schon wieder falsch. Aber hier haben wir noch den besten Halimi. Ja, ich wollte schon sagen, der verkackt er sowas so. Ja. Ja. Ja, da geht's nicht... Hier doch, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Jetzt kommt er wieder. Wichser. Ja. Hier holen uns 2000. Ja, komm, du Wichser. Wichser. Ja, nochmal Punkte. Ja, okay, müssen wir nichts erinnern. Kein Arsch. Schade, Mann. So, jetzt können wir nochmal die Waldschüsse und die Fee verbessern. Auf 70 und 71, wenn ich alles gut schaffe. Ja, haben wir noch nie Arsch, Chef. Tippe, Mensch. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Du, 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 du. Du, 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 du ich nehme jetzt nochmal ach komm warum sind wir eigentlich da na verflucht die scheiße die sind die beschissenste Dinger hier ja geht aber im Winkel wie viel kriegen wir Brunus ich will mal A schaffen komm das ist alle drinne ok wird sich auch nicht mehr erfreut so scheiße ist das Ding hier ja nochmal neu ach können wir nicht warum kriegt der den scheiß bei mich rein yo nein 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 ok ich hab das falsch gemacht komm komm wir haben eine junge ja wie auf jeden Fall ich würde mal 8.000 Kinder ich sein das ist auch wieder 15 Minuten Mann, Mann, Mann. Training macht schon ganz schön viel Zeit. Aber ist es ja, wenn man BR-Pro- oder Spielerkarriere macht. Da dauert es ein bisschen länger. Ne. Sehe gerne ein. Super. Super. Jetzt kommt wieder dieses Beschissenste. Weil Edmund Kaplany zu bescheuert ist, ey. Jetzt setz dich da durch, Mann. Geht doch. Nein. Ey, das gibt's nicht. Jetzt kommt das Bekloppteste. Okay, machen wir einfach so. Ne, das sieht besser. Nein. Das sieht gar nicht aus, dass der so. Nein, warum schafft er es nicht, dreimal auf diesen Scheiß-Button zu drücken? Jetzt wird jetzt auch wieder nichts, weil der Bit draufher wieder kommt. Ne, doch nicht. Nein. Och, Mann, machen wir doch hin. Komm, Köppen noch nicht an. Ja, machen wir einfach hin. Ja, Köppen! Kriegt der jetzt auch nicht mehr hin, ey. Ey, Junge. Lern Fußballspiel, du behinderte Stück. Scheiße, alte Kackwurst. Ja, ist doch so. Wie kann man so scheiße sein? Der ist nur in Wirklichkeit so gut im Form, aber man ist so scheiße im Spiel. Ne, Kaplani, was läufst du da, du Fotzenkopf? Legt mir das schon wieder auf, ey. Ich bin so doof. Ich fresse Stulle und Brot. Ja, danke. Applaus, Applaus für diese Mistgeburt. Ne, trägt mir einfach auf so eine Scheiße, ey. Also, behindert kann man doch eigentlich gar nicht sein. Ey, kriegt man auch immer wieder Admin Kaplani. Dieser Wichser. Ne, ist okay. Ich hab mich beruhigt. Wir sehen uns zum nächsten Spiel gegen RB Leipzig. Haut rein, bis dann und ciao.